Jo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bevor das Video losgeht, starten wir mit dem kurzen Intro und bis gleich. Ja, Freunde, und zwar zeige ich euch jetzt einen kleinen Musiker, sage ich mal. Das krasse ist, dieser kleine Junge hat mehr Hype als jeder andere Musiker, den ich kenne, sage ich mal. Nur durch diesen einzigen Auftritt, den er bei Enno auf dem Konzert hatte, Freunde. Das muss man sich mal erstmal reinziehen. Sein Instagram-Account nennt sich John Isa oder Jan Isa, keine Ahnung, wie man das ausspricht. 183.428, ah, okay, okay, dieses Enno 183 und diese Mero 428-Geschichten, okay, okay, okay. Der Akon wird geführt von seinem Vater, wie es aussieht, Hosan Isa, Aziza, Aziza, oder, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Ich liebe seine Grimassen, ja. Ja, man muss überlegen, der Junge ist 10, okay, aber der hat doch wirklich, hat der Talent? Erstmal ganz ehrlich, ich will jetzt nicht haten oder so, aber er hat doch nur Glück gehabt, indem er auf dem Konzert von ihm war und einmal da was singen durfte. Wie schön er schreckt, durch seinen Blicken krieg ich Angst am Mann nach vor ihm, Alter, der guckt so böse einen an, als ob er einen abstichten würde, abstichten, abstichten würde. Für seine 10 Jahre ist er ganz schön akkursiv, so klein. Also ich finde, seine Stimme ist jetzt nicht gerade berauschend, aber der hat so was, so was Knuddeliges, so was Teddybämmäßig ist, dass man so Knuddel will, ne? Du bist wirklich ein fieser Fettsack! Aber wirklich Talent hat er, glaube ich, nicht, meiner Meinung nach. Also, das ist meine Meinung von. Ich glaube, da gibt es in seinem Alter zig Leute, die viel, viel, viel besser rappen als er. Digga, seine Videos auf Instagram haben ganz schön viele Klicks, habe ich gerade auch bemerkt. Eins hat 200.000, eins hat 128.000, das andere hat wieder 400.000 Klicks. Sticky, was hat der für Zahn, jawohl. Marschallah, Marschallah, Marschallah. Gönnt ihm seinen Erfolg, Freunde. Gönnt dem kleinen Kind seinen Erfolg. Wenn dir das Video gefallen hat, Freunde, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich würde sagen, haut rein, meine lieben Freunde und macht bei meinem Gewinnspiel mit vorne. Es läuft immer noch und zwar gibt es einen 25-Euro-Gutschein. Ab 500 Abonnenten gibt es sogar noch ein Abo-Special von mir und zwar bringe ich einen eigenen Track raus. Und zwar bringe ich einen Videoclip dazu raus und das auch nur, wenn ich 500 Abonnenten geschafft habe. Das ist mein Geschenk an meine 500 Abonnenten und das ist mein Geschenk an meine Freundschaft zu euch, meine Freunde. Und ich danke euch, bis demnächst. Peace.